Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Disco Elysium. Das erste Mal haben wir es ja geschafft, auf die andere Seite des Peers zu kommen und haben dort ein, sagen wir mal, totes Auto gefunden. Und in diesem toten Auto haben wir unseren Ausweis gefunden. Und bevor wir mit dem Ausweis interagieren, habe ich mir gedacht, warten wir auf das nächste Mal. Interessant. Was ist mir noch nie aufgefallen, dass da einzelne eingeringelte Karten sind? Hat das was zu bedeuten, oder? Okay, lasst uns interagieren. Schauen wir mal. I found my badge. Hm, started a badge. Oh. Nicht gut. Look at that photo. Ja, also das Foto, was ich da vorhin gesehen habe, im Vergleich zu dem, was ich hier sehe, ist natürlich ein großer Unterschied. Hm, interessant. Danke, Suggestion. How old? Ja, ja, ja. Und er ist winking, warum? Ja, ja, ja. Und er ist winking, warum? Ja, ja. Äh, weniger rot umrandet und aufgedunsen. Ah, okay. Das heißt, wir haben damals schon getrunken. Okay. Seit damals hat es schon... War es schon schlecht. Hm. Name, Harry Dubois. Okay. Rank, Tenant, Segment, JFR. Hm. L-TN wird wahrscheinlich Lieutenant sein, oder? Ich meine, immerhin steht da Rank. Danke. Pretty cool. Machen wir. Ja. Precinct 40, Mami. Okay. Okay, dann machen wir das, wenn Kizuragi dabei ist. Wir wollen nicht so sein. Wir haben bei den Dunn-Parts etwas abgeschlossen. So ist das nicht in der Reihenfolge, wie wir Sachen abgeschlossen haben, frage ich mich gerade. Dann haben wir dabei echt irgendwas Sinkaraoke. Na gut, ich überlege gerade, ob ich zurückgehen soll und einfach lesen soll und mit Kim das nächste Mal hier vorbeikommen soll. Holen wir uns noch ein wenig Geld. Someone has broken down the fence and the barbed wire. Okay. Dann kommen wir wenigstens rein. The swing is missing. No one's been here for a long time. Okay. Nicht gut. Wenn sich Inland Empire meldet, ist das nie gut. Das heißt, immer irgendetwas hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Oh, danke. Jetzt bin ich gedowned. Sollten wir das vielleicht machen, was Electrochemistry hier sagt? Sollten wir uns wirklich eine Bottle Wein reinhauen? An diesem Ort? Hm. Wir sind alleine. Wir vertrauen sonst Philosophie, äh, Electrochemistry nie wirklich. Wir haben noch zwei Sachen, Commodore Red. Ähm. Hm. Ah, da sind Sachen. Geld. Was ist das? Mehr Geld. 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 Glory says the Graffiti used of us. Woo. Let's have plastic flaschen. Nicht gut. Someone has left their music collection. Behe nasal詞 in. Oh. Oh, tape the smallest church in St. Sam. Ich war hier schon mal. Oh Gott, ich habe hier schon mal getrunken. Danke, Electric Chemistry, für diesen Hinweis. Tja, dann lasst uns doch mal damit interagten. Ich hoffe, du überlebe ich. The tape you found from a shack on the coast. The B-Side has smallest church in St. Sam written on it, while the B-Side is supposed to contain the instrumental version. It requires a boombox to play. Tja, die haben wir ja mittlerweile. Okay, press play on tape. Press your ear against the speaker. Keep the port real at the harmless distance and wait. Oh nein, das ist das Lied von mir und meiner Liebsten. Could I sync this for Kuroka? I think I could sync this. Danke, Inland Empire. Du bist die Gruseligste von meinen Gedankengängen. Danke, dass du ihn auch noch unterstützt, Enzykopedia. Äh, what? Naja, ich hoffe, Kizaragi ist dann noch nicht da. Ich hoffe, ich schaffe das noch rechtzeitig, bevor er zurückkommt. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig, zurück zu Gau. Was war das? Birds in the Birch Tree, very audible clues. Oh, das habe ich gehört. Okay, ganz offensichtlich war ich hier schon mal. Nachdem ich das Auto gethrashed habe. Ich bin mit dem Auto hier runter. Habe das Auto runtergefahren. Oh Gott. Ist so schrecklich. Komme ich auch irgendwo raus? Okay. Das muss ich auch irgendwo weitergehen. Martinez Waterfront. Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich muss irgendwo hier... Äh, da bin ich. Wahrscheinlich geht es hier dann doch noch irgendwo weiter, dann wenn ich da weitergehe. Aber wie schon gesagt, ähm... Gehen wir zuerst zu Guard. Zurück. Wir können hier jetzt einfach rüber. Das ist ja überhaupt kein Problem mehr. Ich frage mich gerade, wie Kim da rübergekommen ist. Okay, wir müssen unsere persönlichen Probleme zuerst lösen, bevor wir den Mord aufklären können. Außerdem, wir haben eh einige gute Sachen gemacht, um den Mord aufzuklären. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben wieder etwas mehr Geld jetzt. Wie können wir Garten davon überzeugen, dass wir jetzt die Guten sind? Komm, mein Gott. Okay, vielleicht nicht das Richtige zu sagen. Wann ist die richtige Zeit am Abend, wenn ich wirklich schlecht drauf bin? Wir sagen trotzdem mal, das ist mein Weg. Das ist Teil meiner Reise für self-discovery. Wann ist das? Warum haben wir die Paa-System wenn niemanden sogar den mangeln? Wir müssen die Laufhebeschwerden. Oh, was passiert in 44? Oh, interessant it's for your clients i know it's used when was the last time you had a band play here i'm a real client i've paid my bills and i have the right to use the karaoke machine it's alright i have my own song with me vielleicht hätte ich doch auf kim warten wollen kann ich jetzt jederzeit drauf ich glaube ich kann jetzt jederzeit drauf ich kann auch auf kim warten wir warten auf kim warten wir auf kim oder singen wir einfach karaoke vielleicht ist es besser wenn kim das nicht hört vielleicht ist es auch besser er hört es wir warten auf kim wir warten auf kim get up on the stage in the evening in the evening das ding wir sind so gut ok was wir als nächstes machen ist folgendes also ich hoffe nicht dass das wieder verschwindet als nächstes machen wir folgendes wir lesen ein wenig in unserem file map weiter was macht sie ja da geht nämlich zeit das machen wir in unserem zimmer okay um inventory handwritten note from the fridge none of martinese none 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 okay okay Okay, read the case file. Okay, the next word mural haben wir schon gelesen. Apropos mural, wir haben jetzt Farbe, glaube ich. Wir können die Wand bemaen. Die Antworten nicht mehr. We are bullet hole murders. The couch in an unexpected location. Uh, das ist, ist das, ist das eine Anspielung of Dirk Chantley's Holistic Detective Agency. They actually look like animals. They look really cool, like models. They look really cool, like rock bands. Das ist das, ist das, ist das, ist das, ist das. Das sind herumgegangen und haben die Bank überall wie möglich hingestellt, um sich fotografieren zu können. Did I ever catch those guys? Okay, die Mörder at the Hooker Parlor. Wait, how? Right, on with the murder. Wait, how? Okay, right. On with the murder. Last. Okay. Ja, wirklich ein Minus. Du hast echt keine Ahnung. Wait, was Joseph Mills a good co-op? Go on. Go on. Go on. Was ist ein Hooker Parlor? Was ist ein Hooker Parlor? Okay. 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 Tja, du wirst es mir hoffentlich gleich sagen. He sucked hookers, stood up, passed out, hit his head on the table and died. Ah. We must have sucked a lot of it. And what was he doing there for six hours? Thank you. Not bad, not bad. Hm. Jetzt sollen wir aufhören damit und schauen, wo die Frage bleibt. Den Unserverable Case heben wir uns für den Schluss auf. Okay, wir schauen uns noch das Square Bullet an und dann machen wir Schluss für heute. But. Hm, Sequence Killer. Echt jetzt? Das war's. Ah. Hm, vielleicht war's keine Gun, sondern vielleicht... Ah, egal. Ich bin kein Officer, es ist 8.04 Uhr. I can revisit this. Okay, wir haben's, 18 Uhr. Schauen wir mal, ob Kizaragi da ist. Und wir können Upleveln. Und wir können Upleveln. Ah. Wie schaut das aus? Ah, vielleicht sollten wir noch eins machen. Wieso nicht? Die waren eigentlich ganz gut bis jetzt. Triggerous Self-Kritique. Nur one sorry piece of no. Sollen wir was über unsere Vergangenheit versuchen herauszufahren? White Morning? Nein. Opioid Recept Antagonist. Ah, das ist das, was wir machen können, um gegen Drogen vorzugehen. Sind wir ein Antidrogen-Cop? World needs a narc. World needs you. Don't worry, you can still drink and smoke without real drugs. Das ist so wunderschön. Ja, machen wir das. Wir anlocken. Oder sollen wir den Bau-Collector machen? Der Bau-Collector ist was über meine Vergangenheit. Der sagt mir, wo ich gewohnt habe, irgendwie. Lass es uns versuchen. Wie lange dauert das? 6 Stunden? 10 Minuten? In turn it on. Ist unten. Minus 1 Authority, Minus 1 Hand-I Coordination ist natürlich schlecht. Aber gut, was soll man tun? Hätte ich schon machen sollen, während ich gelesen habe. Das wäre gut. Aber gut. Man lernt nie aus. Wann kommt Kim zurück, hat er gesagt. Wenn er noch nicht da ist, schauen wir, ob wir die Wand malen. Er ist noch nicht da. Ah ja, aber wir haben gesagt, wir hören auch für heute. Also meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau.